Herzlich Willkommen zurück bei Call of Duty Ghosts. Wir sind das letzte Mal hier am MGB stehen geblieben und hauen die jetzt mal ordentlich weg. Call of Duty mit ihren tollen Helikoptern. Okay, wow, shit, shit, fuck, oh mein Gott, okay, okay, mein Gott, okay, wieder ran. Oh mein Gott, die verliehen den Strand. Ah, wow. End, okay. Okay, ich hab den Heliki. Erfolgreich zerstört. So, jetzt werden wir hier mal ein bisschen rasieren. Das ist meiner. Mach ich. Hier kommt jetzt zurück noch einer, mein Gott. Wie viele haben die denn? Wow. Der ist geflogen, ey. Okay, jetzt geht's ab. Ja, hier ist ordentlich Krieg. Alles wackelt. Die Drohnenverteidigungsteamsbericht. Massive Verlust auf Grafenunterstützung. Alter, fällt, zieh mich durch. Es von allen Seiten auf Sehen. Was kommt hier? Wir sind uns die Helm unterwegs. Warte doch, wir sind... Den hab ich. Ach. Komm schon, Wilson. Hau rein jetzt. Oh, fuck. Das sind einfach zu viele, Mann. Die wollen es richtig wissen. Okay. Nachland schnell. Sonst bin ich nur noch... ...Fischfutter hier. So. Das war einer. Okay. Overcrafts. Oh, das war einer. Ja, ich schieße auf alles, was sich bewegt. Mach ich sehr gerne. Mach ich sehr gerne. Ich mach... Das war rasiert, ey. Die ganze Front. Hä? Auch die Einstellung ist wieder weg. Okay, Leute. Bevor ich hier weitermache, einmal kurz die Steuerungsoption. Machen wir nämlich hier mal 10. Weil dann muss ich nämlich noch einmal drücken. Das stellt sich immer irgendwie um, bei jedem Neustart. Ich kann das euch nicht erklären. Aber egal. Boah, what? Kommt hier erstmal so ein Hovercraft angefahren, Mann. So ein... So ein... So ein Flugzeugdingen. Äh, nicht Flugzeugdingen. So ein Panzerträger, oder wie man die nennt. Shit. Oh. Was haben wir denn hier? Nehmen wir das so. Okay, die Drohnen. Auf geht's. Wo ist das Heli? Das Heli... Hä, warum hat denn der... Achso, hinter uns sind auch noch... Hinter den Gegner... Mein Gott, wie viele haben die denn? Ja, ja, mach ich. Guck mal, wie viele Helis die haben. Okay, Drohnen ist weg. So, jetzt... Oh, fuck. Nein. Okay. Nimm ich hier die dicken Wum. Die dicken, schönen, großen Ganonen. Ich muss nachlandschneid. Okay, weiter. Oh, fuck. Mann, sind das viele. Wollen die denn hier... Die ganzen Truppenmannen. So. Okay, Drohnen haben wir nicht mehr. Schade, das fand ich voll cool eigentlich. Rückzug, oh nein. Das hört sich nicht gut an. Oh. Wow. Wo ist Ajax? Ach, nicht Ajax hier. Wie hieß er? O'Reilly. Oh, hier ist richtig... Bombenmage. What? What? Okay. Ist mal direkt so eine Bombe auf mich, auf mir drauf gelandet, ey. Wo ist denn Riley? Okay. Dann habe ich denen da hinten geholfen. Das war, glaube ich, gar nicht so der Plan hier vom Spiel. Oh, Riley hat Space Jump gemacht, Mann. Wie, jetzt sind wir nur noch zu zweit, oder was? Oh Gott, ich befürchte das Schlimmste. Ich bin drin, bin drin, bin drin, Mann. Okay, ich gucke. Ich schaue nach. Was hat denn? Nein! Was ist das für einer, Mann? F. Drücke ich überhaupt F? Okay, das war aber wohl gescriptet. Weil ich habe auf die Tasten gehauen wie so ein Gorilla. Das sind die Ghosts, Mann. Boah. Das ist wirklich bewundernswert. Aber euer Vater ist nicht mehr da. Okay, das war ein bisschen... Naja, egal. Okay. Ich hätte jetzt eigentlich gedacht, dass er da jetzt tot am Boden liegt. Aber ist natürlich auch eine Möglichkeit. Oh mein Gott! Dum-dum! Naja. Es begann vor zwölf Jahren, als das Militär der Föderation ganz Südamerika bedrohte. Der Anführer, General Al Marco, wollte alle in den USA geborenen Bürger verhaften oder hinrichten. Rock überzeugte Washington, dass die Ghosts das Problem lösen würden. Die USA standet in eine Invasion. Rock führte uns an, um Al Marco auszuschalten. Aber Rock war wie besessen von ihm. Für ihn war der Mann wie eine Beute. Das war klar. Nichts war die... Die abhalten sich, um seinen Preis zu holen. Das Sound packt immer. Was soll das? Legenden sterben nie. Rock, eine Legende. Zwölf Jahre früher. Er konnte durch die Hölle laufen, ohne zu schwitzen. Die Ghosts waren die Besten der Besten. Vorhin in den Rock wurden wir befürchtet. Wir sind in einem Mann hierherd. Al Marco, ich habe ein Kommando. Merrick, Ajax, linke Seite. LRF, ziehen ab. Hier sind die Kriegsgeber und untereinander worden. LRF! LRF! Oh, guck mal, die haben noch diese alten Militärrüstungen an von früher. So sieht es zumindest aus. Oh, shit. Okay. Oh, oh. Ah, so ist das gut. So ist es nicht gut. Okay, renn, 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 renn. Wow. Wow. Ich kann nicht rennen. Solche Maps hätte ich auch gerne im Multiplayer gehabt, Mann. Okay, die Raketenwaffe habe ich. Das ist ein Matscher. Die Ghosts schlagen zu. Die Ghosts... Wow. Da ist noch einer. Und er hängt fest. Schlaf gut. Räucher gut. Tschüss. Shit. Okay, das sind zu viele. Ja, ein Dutzend ist gut. Der brennt. Der brennt. Das Rock. Okay. Leichte Beute. mach ich ich renne das finde ich ja geil ich renne man oh mein gott ja renn 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 boah das fühlt sich ja als wäre ne kleine badewanne wie sich das fühlt man jetzt fühlt sich es aber nicht mehr ja ich lauf doch schon wie schnell ich kann ich lauf doch ich lauf doch schon so das ajax der rock hat seinen eigenen mann getötet man die stimmen passen gut finde ich ich sollte schießen na gut okay das dach wird sicher einstürzen ach ja ich finde das schön so durchwende zu schießen das war klar bisschen baden gehen man oh da kommt ein auto das oh ne da will man doch nicht baden gehen ja man wo ist denn der typ der das wasser spaltet man ja hallo krass ich hab das gerade gar nicht ich hab das gerade gar nicht gecheckt man ich hab das gerade gar nicht gecheckt man das blatt schönes messer hat ja ok boah boah der schlägt zu man überleben ist das wichtigste gehen wir nach oben ja krass wir können das ist nicht gut das ist nicht gut das ist nicht gut rein ren boah rein da weg weg ist es so sind die ghosts man schnell und simpel schnell und simpel ok oh fuck hallo mausspack nicht ok bin auf ihn drauf gesprungen er ist gestorben auf Ortho an alle Einheiten nach dieser Frequenz bitte kurz